recht herzlich willkommen zur 81 folge vom korber space programm ja wir wollen noch mal am südpol landen und ich soll an der perre einfach das gas wegnehmen und retro brennen und dann wird das schon klappen sind wir jetzt gerade vorbei oder sind wir noch auf dem weg hin da einfach entfernen wir uns oder ja aber wir können es ja einfach wir sind ja glaubt noch nahe genug oder denke ich mal können wir so machen ausrichten auf retro wo ist ein retro da ne gut und dann einfach nee das kann nicht passend sein irgendwas ist verkehrt da ist es fehler gewonnen würde ich sagen oder und dann einfach da brennen und dann sollten wir da landen hermann immer schön retro halten hat der ralo geschrieben und klappt das schon wir machen wir sind ziemlich schnell unterwegs wo voll ab bremsen und da kann man wohl nichts verkehrt machen wenn man immer darauf hält nicht gespannt jetzt sind wir korrigieren ja dann soll es gut irgendwann sind wir dabei der geschwindigkeit in einem anderen bereich ne wieder vorwärts fliegen müssen wir nur aufpassen jetzt haben wir irgendwo im schwemmenden zustand dann oder jetzt gehen wir wieder hoch das war falsch aber der zieht uns ja wieder an da brauchen wir uns keine gedanken da machen glaube ich glaube oder so ja passt schon muss noch kleiner werden jetzt steigen wir schon wieder oder vertue ich mich da so ein bisschen mehr genau so sieht es aus dann klappt das auch runter müssen wir so oder sowas so ja viele sind nicht mehr vielleicht bremsen wir gleich nur noch ganz unten ab wenn wir kurz vor der landung stehen irgendwie sieht es gerade so aus als wir gar nicht runter kommen aber ok ist hier so ein bisschen vom gelände her nicht dass wir zu schnell runter fallen gleich das hätte ich natürlich mehr korrigieren können aber klappt schon denke ich 800 meter da steht es fallen doch gerade noch ein bisschen schnell oder so somit mehr da er zieht sich jetzt wohl mehr hoch sieht fast aus als wir schon gelandet sind aber wir gehen noch runter das war schlecht der schwenker so wir haben noch 400 meter so sieht ganz gut aus oder 200 meter 100 meter 100 meter ne 200 er ist jetzt nochmal ein bisschen schulden damit wir nicht zu schnell runter kommen so nochmal fallen lassen 90 meter noch sind wir fallgeschwindigkeit 2 meter ok gute landung würde ich sagen fast keine hüpfer gehabt so thermometer da lockt pressure data nochmal 50 prozent wird er oder so ist es ändert nichts ist auch klar jetzt nehmen wir die andere seite für das thermometer und lockt temperature nochmal 20 punkte da senden ich hatte den haben wir eben gar nicht gesehen ne kann das sein ok science edit so das war es im endeffekt jetzt hier wir haben 17 meter die sekunde da noch drinnen das ist ganz bisschen nur noch hat gut geklappt ja damit ist die mission eigentlich beendet und dann würde ich sagen gehen wir jetzt noch ins space center zurück und der dralo wollte davon noch was kaufen was wir jetzt haben und zwar lass mich lesen wo bin ich jetzt bin ich hier in der zeile wo ich verrutsche oder war das noch ein kommentar von letztes mal glaube ne da auf jeden fall hin und ich guck da mal grad rein adapter separator docking port ne das war das bestimmt nicht photovoltaik panels wäre natürlich auch nicht schlecht ist klar weil wie viel haben wir überhaupt 78 das würde also hier auch gar nicht reichen es müsste wenn hier sein und das ist dann noch zu wenig science ne kann das sein was war das was der dralo haben wollte äh stabilizer das ok das bedeutet wir haben nur 90 punkte uns fehlen leider 12 punkte die wir dann noch brauchen und das möchte der dralo gerne haben weil da ist dieser mk1 länder ken dran oder wie auch heißt ohne propeller und das sind die steuer düsen ok da ist das geklärt das geht also noch nicht das bedeutet wir sollten eine rettungsrakete machen als nächstes glaube ich oder wo war die rettungsrakete gut gehen wir erstmal ins zentrum ins zentrum sind wir schon im endeffekt in das baugebäude das baugebäude etwas länger oder wie hallo bitte laden ah da ist es so und da mk1 command pot damit wir den ja mitkriegen ah guck mal hier sind jetzt die hex der soll oben drauf okto und hex so jetzt brauche ich noch den bauplan erstmal gerade den hatte der dralo auch geschrieben das weiß ich ja das war aber mit dem länder kennen den ich allerdings jetzt gar nicht drauf machen kann und den sollte ich damit einbauen machen wir halt nicht so so da muss ein fallschirm dran dann na das war die minimus landung die da mit dem länder kennen die brauchen wir nicht äh irgendwo stand der bauplan ich muss nochmal nachgucken ah ich habe ihn gefunden kopf sollte ein hex mit fallschirm runter an einem kleinen pot mit hitze schild sein ok das hitze schild brauchen wir dann noch war das hier ich glaube ja da ist es den haben wir drunter und dann thermometer und barometer soll ich mal ruhig dran machen das wäre jetzt kein verlust in dem sinne das ist das thermometer und dem gegenüber kommt das barometer kann man da nicht rum oder was ich glaube hier ist das gegenüber oder wüssten wir besser wenn wir hier so und mehr das nicht das machen würden so dass wir gucken was ist hier passt darunter ein dickkuppler den tun wir hier jetzt müssen wir mal ein bisschen anders schwenken damit wir es wieder besser sehen so die köppler und zwar tanks terrier dazu warte mal terrier ist das ja tanks sind die größen äh das und noch so ein und dann die terrier und dann die terrier haben wir so die unterstube muss dann kräftig sein wo war denn jetzt die anzeige für delta v da 3409 für den orbit 3 und 3 und 4 aber 1000 für den transfer zum schreibt der dralo 400 m die sekunde für den orbit burn und rückkehr zu körper 300 reserve also das heißt wir brauchen ca 2200 für hin und rück und 3 für den 34 für den orbit da haben wir ein bisschen 12 hätten wir dann jetzt das ist ja das was wir nachher alles brauchen und dann machen wir da wieder die köppler dran gut und die unterstufe dann ist der und machen wir noch so einen und dann war das das so wie lange jetzt das ist so viel da kommen aber jetzt noch zwei von denen da dran also die müssen wir erstmal den hier den haben wir jetzt auch der ist jetzt schön hier zu nutzen zwei davon das weiß ich gar nicht wie ich hier aufgestellt bin wenn die rakete rauskommt wo ist der ausgang da ich glaube wir müssen die dann so da dran machen warte mal so da müssten die dran und die beiden booster dann da dran so 5200 ja zwei Nosecaps da drauf noch ne das waren keine Nose naja den haben wir glaube ich auch noch nicht drauf gemacht das sollten wir vielleicht tun sonst ist das mit dem zurückkommen etwas schwierig äh aerodynamischer Teil sind die Nose Cones mit Caps da die wollte ich da drauf haben sieht gut aus ne so dann das ganze Ding tiefer bis es in der Erde stampft bis es in der Erde stampft nicht ganz aber das sehe ich nicht genau ich glaube so ist es gut ne okay ist das gut mit dem Abstand ich glaube nicht das sieht doof aus ne so bisher haben wir das immer näher dran gehabt und dann wird es ein Test ist ein Test ist ein Test gut äh Delta und fest wo das aus ist ich glaube warte mal hier ist noch das raus zu machen das brauchen wir nicht ne dann haben wir auch schon wieder dann haben wir auch schon wieder was gewonnen so eigentlich ne das reicht nicht da muss noch hier ein Tank zwischen ne ich glaube dann müssen wir hier einen mehr haben oder warte mal machen wir hier ne das machen wir wieder dran hallo packen wir wieder dran so und das nehmen wir dann hier ab boah wenn ich den jetzt kriegen würde ne jetzt hab ich ihn machen dann mal drei raus oder jetzt gern lieber so so bisschen tiefer das ganze wieder so da versinkt der im Boden das heißt wir müssten jetzt ungefähr passend sein ne 5 6 hat der Tralo da stehen ja dann fehlt da noch was jetzt jetzt habe ich das falsche weg genommen ich wollte nur den haben es ist mit 4 dann sind es 5.572 das können wir also so lassen würde ich sagen na das passt dann für die Redoxaktion ja das sieht gut aus was wir noch machen müssen ist das gewicht ist da auch passend vorschub mäßig ist es da unten was haben wir hier noch das ist aerodynamisches overlay achso das kann man einzeln an und aus machen das aerodynamische overlay ist nicht in der mitte oder wie sehe ich das oder täuscht das nur ist das barometer jetzt das problem da oben oder wird also da wäre ja eine mitte aber da ist er aus der mitte aber eigentlich ist das nicht das problem ok aber das lassen wir jetzt erstmal so schreiben da moon rescue hin glaube Version 1 speichern das ganze so und dann bin ich gespannt ob wir das so lassen können weil jetzt werden wir erst unterbrechen der Tralo kann sich das so angucken ob das so gut ist und dann werden wir in der nächsten runde gucken dass wir sie dann wenn hoch kriegen bestimmt irgendwas falsch gemacht ich weiß aber jetzt nicht genau was ach hier wollte ich noch rein ähm unsere aktiven dann dann den wollen wir machen und das würden wir glaube gleich mitmachen wenn man orbit haben im munden und dann wieder zurückkommen dann haben wir diese beiden missionen abgeschlossen glaube ich glaube ich so einweiler will wenn sein ok da müssten wir vielleicht auch noch was machen müssen wir noch mal gucken ich habe mal mit wenn ok test ich glaube da brauchen wir gar nichts machen nur auf der erde oder Und was sind die Tests? Splashdown Ja, müssen wir mal gucken, ne? Okay. Dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank für's Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.